Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge SkyBlog mit dem lieben Philipp und 4 wir nehmen hier mal über TS auf die Hatschicht der Zettel und noch ein bisschen Werbung und Philipp ist noch da der Löwe also ja okay gut war ja zu reden ich wollte lustig sein A.O. und ganz hatte wir haben nicht geschafft äh wir haben einen Stein gefahren das musst du zeigen genau ähm ich renne nee wir haben wieder mal hier haben wir mal wieder Stein gefahren warte den tue ich jetzt mal in die Kiste wieder we so erstmal hier schreiben nehmen schon auf oh man alter immer wenn ich auf den SkyBlog server kommen leck das hier übel alter man stützt mein Minecraft ab also jetzt in dem Fall nicht aber gerade eben leckte ich immer das schon wieder so kleineступige Hänger das ist sooo Okay Warte ich lauf mal ganz normal leck oh man es ist doch behindert dann stütze mein Minecraft ab ach weiß mal was ich muss kurz was machen Jaa Soll behindert gut warte dann tue ich mal von minecraft mal vielleicht mal auf hoch stellen warum höre ich eigentlich eine tastatur ein mikrofon steht doch direkt neben der tastatur meine tastatur steht hinter dem mikrofon also weil es ja ein membran ist das ja nur von vorne auf und nicht das finden das war dann die aufnahme hallo spinnen im kleinen halben der aufnahme groß toll ich glaube nicht hoch ich kann mich einfach hochbauen nee es ist immer noch obwohl ich wenn du sporn gehst du kannst immer schreiben er soll sporn kommen dann kann er sein das Kind zeigen wenn er will weil ich muss mal kurz rein ins Haus wo das ist so nervig dass es so lebt okay gut weil er dann gehen wir zu sporn also entweder mal im Internet oder am PC weil ich schreibe nicht mehr ich bin recht gut okay ich hab drei zu verborgen ich bin doch nicht ganz gleich tut aber kann ich ja endlich verbrennen nicht gleich nicht ist es worden oder nicht weil dann schreibe ich bin schon nicht kommt das worden hallo wer ist es der wenn er müsste geht der der heißt um ach das ist der das wasser Tonier er er solltet sich unbekannte mich irgendwoher aber ich kenne ihn nicht Prozent wir haben die Weltkartigkeit ich auch nicht er hat war es die Führung der Verhandlung ich weiß es ist ein Volk vor allem hier lebt es überhaupt dort ist es doch muss der Klick so was so das ist das Geld auch so gut ist ja ich weiß aber auf dem Weg ist ich hier ja ich weiß wie ohne diese aus der Welt in die 5.000.000 in die vor kommt so gemacht hat das ist so sinnlos sein Name ich hatte das was sie gedacht die Karte auf so einen Namen ich meine man heißt einfach immer noch blöd wird die Pfeil und nennt sich blöd wird die vor die haben welche die Fall war schon vergeben deswegen sind sie nicht so genannt wie wie ich hier auf Minecraft wenn ich mich halt ganz anders genannt scheiß doch drauf mal ganz im Ernst ich schätze ein Scheißdreck drauf okay man es ist so nervig komisch scheiß da ein scheiß drück drauf okay gut dann lassen wir jetzt erstmal was das ist so nervig was denn das ist hier die ganze elektrik kann gar nichts machen das ist behindert da hast du recht also entweder liegt er beim internet aber ich weiß nicht woran das klingen soll mein internet aber was das ist auch immer so besitzt die frage gut um letztes mal mehr dort ober und so und zu formale geworden ist würde ich sagen oder weiter wie weit das nur sicher dass die funktioniert ja 100 Prozent 100 Prozent oder ein Prozent und ein Prozent kann es sei dass ich alle meine ITEMs verloren habe also keine ITEMs mehr um vielleicht das einfach ja du hast ja stein gefarmt da sind hast du alle weggelegt also ja stimmt steinbar sagt okay gut ähm man muss ein ITEM noch wie Stein oder Essen nö 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 das dann muss alles hänge von auf dem sky server auf sky battle server da ist angeblich also ich weiß nicht es kann sein das ist der wirklich jetzt oder nicht ich sag's mal ähm der käfer also es kann auch sein dass es jetzt irgendwie gefekt war aber auf jeden fall war da keff also angeblich der die 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 das ist so ist es nicht mehr mehr nicht all die die ich werde wenn erder der um man spielt ich habe dann so eingestellt dass er das hat gerade so bis zu den herzen reicht der chat also die schrift geht nicht weiter als die herzen also die hängt fängt hat man ein ding auf ich habe die breite eingestellt von dem herz ist bei mir immer so ja aber ich meine mich nervt es gerade nicht wenn er schreibt okay so dann wollen wir ja hier oha alter das ist so nervt ich finde das hier so rum leggele die beckelt ja so ist aber keine scheiße hier aufzufüllen ich habe keine ahnung wann es liegt wenn ich zum beispiel normal jetzt reingehe auch mit dir sky über ts redet zum beispiel über skype jetzt und ich gehe hier drauf ohne aufnahme dann leckt dessen denn in den dreck dann lecktes gar nicht er immer wenn ich aufnehmen will einfach einen schlechten prozessor hatten sobald du aufnimmst lecktes ja aber davor war es ja auch nicht so das ist ja gerade das problem ich habe ja keine ahnung woran es liegt was soll es darstellen lecktes stark oder ich mache jetzt lecktes nicht ist es ist immer mal immer mal wieder ähm ist ein kleiner ruckel drinnen aber das sieht man übel in den videos das ist so nervig ja aber das sei nicht so schlimm wenn er nur kurz ist ja aber es ist halt jede zwei jede jede fünfte sekunde so das ist auch nicht so schlimm da gebe ich dir recht und ich werde ich werde mit euch ich fliege jetzt gleich wieder von dem server runter bei 10 minuten oder bei 7 sind es gerade bei 7 21 sekunden hä wir sind bei 10 minuten ja hoher gar nichts gemacht und schuld sind zwischen was gemacht ja ich habe es ist noch gar nichts gemacht ha 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 das ist toll äh das kann sich nicht auffüllen scheiß doch doch kannst du du musst du musst es zubauen zuerst sonst kannst du ja nicht ganz flach machen ich gebe nicht auf ich kann das schaffen denn du kannst du Papst ah das ist ja äh klar ich sehe es kann ich mich verlaufen genau ja es leckt auch es leckt auch irgendwo anders es leckt auch irgendwo anders aber okay so so war dann dann komme ich jetzt gerade mal gleich zu dir nein steini was ist passiert außenrum ist ja kein problem aber dann innen drinne du musst halt zuerst flach machen du musst du erst das ist nur eins hoch ist und danach kannst du die steine wieder weg machen oh mann ist das so nervig dass das immer wieder so mini legs ja dann versuch mal bei minecraft irgendwas umzustellen ich meine ich habe ich denke lieber jetzt zum beispiel stellst du irgendwie die sichtweite niedriger als wenn es die ganze zeit laggt ich mach mal die fps ein bisschen runter ja und du machst die sichtweite also bei in minecraft ja sichtweite ist sichtweite ist bei 8 alter ist ja noch mehr oha nee ich meinte nicht bei 8 sondern optionen dann grafikeinstellungen ja alter neun geht es ich bin wieder runter vom server verliebt das kannst du dir einen arsch schieben jede 10 minuten fliege ich vom scheiß server runter das ist doch nicht mehr normal da runter gefallen das kann es noch mal sehen toll nie 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 out of memory wieso schafft das mein pc nicht das geht doch nicht normalerweise hat es auch noch nicht so gelegt ist paul am rasten ja das ist halt so ja okay gut tschüss Leute wir sehen uns gleich wieder nach einem kleinen cut und ja tschüss ne so dann sind wir wieder zurück und zweifel ist gerade bei kraft auch abgeschmiert also was heißt abgeschmiert er hat irgendwas eingestellt und muss in minecraft neu starten er hat irgendwann eingestellt und dann war es ganz komisch ich habe nämlich hier bei der mal testen bei optionen dann bei steuerung dann ist da oben hat screen modus da habe ich einfach mal ausprobiert wollte ich mal anmachen dann sieht man richtig komisch aus da ist richtig ja das ist richtig schön es ist einfach mein Gott neu starten dann geht es wieder nur mein Gott neu starten aber sonst ist alles auch ein guter Laufen wie bloß das nichts mehr erkannt hast wie er es nicht mehr kann ja man kann ja mal testen ja ja toll ich hab keine ahnung wie ich das beschreiben soll ich kann es echt mal ausprobieren ja wenn du mal einfach mal schon willst was muss ich eingeben wo wo muss ich hingehen auf optionen dann auf steuerung und das screen modus an vielleicht kannst du es ja wieder ausmachen hä was ist was hat sich jetzt geändert naja bei mir hat sich voll was geändert mach's dann mal wieder aus ich glaub dann von bei mir ist auch was passiert als ich es wieder ausgemacht hab ähm hä ach vielleicht bist du du bist wahrscheinlich bist du auf super secret settings gekommen ja bin ich oh cool warte mal das werde ich mal ausprobieren boah sieht das oh das sieht ja richtig hässlich aus wie macht man das wieder weg einfach nochmal drauf klicken ja nochmal drauf klicken wie es ist nun mal ah nein äh hallo zeichen ich finde ich schön mal gut toll jetzt habe ich immer noch nicht mal du sollst den so ich muss ja auch toll geil aus wenn also überall so weißt rum gerade ist so ich hab's wieder toll das sieht schon geil aus das geht auch disco das ist mega geil disco so disco das ist mega geil so disco leid das ist richtig geil aber ich hab jetzt immer noch so ein alter anstatt der muss so lange rum stellen bis das wieder normal ist war bei mir auch so und es sieht normal aus ja ich weiß es sieht so aus aber es ist es nicht das ist es ja auch nur so aber schon cool dass es eingebaut wurde ich kann auch mal disco zeigen da blinken alle blöcke das sieht mega geil aus oh mein gott ich hab das eingeliecht sobald ich mich drehe dann verschwimmt das alles das sieht richtig hässlich aus oh was ist das alles cool das sieht geil aus oh das sieht ja mega kacke aus oh oh alles fix nein A2 nein oh mein gott alles grün ich war grad ich auch oh das ist mega schau dies doch mal an das musst du dir in der aufnahme anschauen das ist mega da blinkt alles da blinkt einfach alles ich hab das gerade auch an das ist mega geil nur das weiße Kästchen nervt ich hab aber hier zu gehen du musst das cap zu drücken ja jetzt hab ich endlich alter wie geil das aussieht du blinkst du blinkst du blinkst wo bist du warte mal ich bin hier oben auf dem turm drauf du blingst haha wie das einmal wohl aussieht aber ich glaub ich stell's jetzt gleich wieder aus oh mein gott alter oh mein gott oh mein gott oh mein gott okay gut nein nein so dann werden wir das normal aber es sieht schon noch mega geil aus oh dann musst du auch ständig oh ha die Aufnahme ist auch schon wieder vorbei ich versuchten 13 13 aber auch ein bisschen ja noch ein bisschen mal die Leer Moro aber es hat noch so was was habe ich denn eigentlich hingesetzt vollkommen kacke und versucht den See so schön wie möglich zu machen so schön kann man es halt nicht machen weil es einfach aus koppel ist und hauptsache an den See für Fische die arme Fische ich frage ob jemand Sand verkauft okay gut jetzt fängt es wieder an zu hängen und ich würde sagen jetzt sind wir bei 14 Minuten 26 wie mein da können wir doch die Aufnahme aufhören weil ich meine die 30 Sekunden ja dann das Netoportal und ja dann würde ich sagen danke fürs zuschauen und bis bis zum nächsten mal oder schaut bei Philipp vorbei ja das dann tschüss weiter tschüss tschüss tschüss